Thomas Hänsel ist einer der kreativen Winzerköpfe der Pfalz und beweist mit dem grünen Weltliner aus der Höhenfluglinie, dass die österreichische Rebsorte auch in der Pfalz eine große Zukunft hat. Sein GV ist ein feinfruchtiger und frischer Wein mit dieser unverwechselbaren Note von weißem Pfeffer, die für den grünen Weltliner so typisch ist. Dazu kommt jede Menge Finesse, Eleganz und eine schöne Fülle. Leider ist der Wein streng limitiert, daher heißt es schnell sein und genießen.